ja hallo liebe leute am 27 mai das ist ein samstag findet in der rp jam in gießen von 11 bis 16 uhr ein tag der offenen tür statt kommt doch einfach vorbei und wir sprechen ein bisschen über das gitarrespielen wir sprechen ein bisschen über studieren an der rp jam würde mich sehr freuen wenn ihr kommen würdet bis bald tschüss